So, liebe Leute, damit wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Ja, Sachen gibt's, die gibt's ja gar nicht. In der letzten Aufnahme, ich muss mal gucken wegen dem Mikrofon, wenn ich das ein bisschen weiter wegstelle, dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr von meinem Gesicht und vielleicht hört man sogar trotzdem noch was, weil das Mikrofon doch relativ sensibel ist, habe ich festgestellt. Gerade jetzt, nachdem ich hier diesen Kick-Ding und Knarz-Ding ausgeschaltet habe. Egal. Egal. Gut, in der letzten Aufnahme, was haben wir da gemacht? In der letzten Aufnahme haben wir den kompletten Dungeon fertig gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und, äh, also den ersten Dungeon, nämlich den Waldschrein, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Guckt's euch nochmal an. Äh, sieht eventuell gerade so ein bisschen aus, als wäre hier gerade eine Atombombe explodiert. Das liegt daran, hier ist direkt die Fensterfront und das ist ein riesiges Fenster und die Sonne geht gerade zwar unter, aber scheint immer noch so ein bisschen durch, ne? Okay. So, ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg in das nächste Gebiet, weil hier gibt's, glaube ich, nichts mehr zu tun für uns, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, Karte. Äh, ach, hier ist sogar verzeichnet, wo man Epona rufen kann, das ist ja interessant. Äh, das rote da, was soll das heißen? Übersicht? Ach, es gibt gar nicht irgendwo. Ja, okay. Gut, hier hinten waren wir überall, hoffe ich. Und, so, jetzt geht's hier weiter. So, ich bin auf jeden Fall echt mal gespannt. Ich freue mich schon übelst auf die nächsten Gebiete, weil das nächste Gebiet beinhaltet nämlich meinen Lieblings-Dungeon. Yay, aber ich glaube, gleich kommt da Postbote und den mag ich nicht. Ja, mein Lieblings-Dungeon ist der nächste. Der ist toll. Ich liebe den. Auch wenn ich immer, weil der ist so kompliziert aufgebaut, da bin ich jedes Mal am Rätseln, wie funktioniert das denn? Und deswegen mag ich den, weil ich irgendwie noch nie, ich glaube, ich hab den noch nie bewusst durchgezockt. Es kann sein, dass ich den im letzten Let's Play komplett bewusst durchgespielt habe, weil ich kenne das Spiel ja inzwischen mehr oder weniger in- und auswendig. Aber wie gesagt, der Dungeon ist halt so, wo ich jedes Mal wieder, wo muss ich jetzt lang? Und Cumula eventuell. Es ist schon, man muss sagen, es ist ein guter Dungeon, Cumula, aber die Musik nervt einfach. Wenn die Musik nicht wäre, wäre das eigentlich ein richtig geiler Dungeon. So, ich kann mir natürlich Epona rufen. Die Frage ist, mache ich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du erst mal dran. Ich muss echt erst mal damit zurechtkommen, mit der Steuerung über Pro-Controller, weil ich kenne Twilight Princess bis jetzt nur von der Wii-Version hier mit, ne, rumschwingen und so. Das haben wir hier ja nicht. Oh, sieht schon sehr geil aus. Muss man wirklich zugeben. Vor allem, es läuft schön flüssig. Und das ist ja das Schöne daran. Ich glaube, hier ist ein Herz-Container, da kommen wir aber noch nicht, äh, ein Herz-Teil, da kommen wir aber noch nicht. Der Post-Boote. Normalerweise freue ich mich nicht einmal über Post, aber nicht bei dem. Ah, da vorne ist eine schwarze Wand, da geht's nicht weiter. Ah, da muss ich doch einen Brief zu stellen. Und was jetzt? Wer ich bin? Ich bin der wandernde Post-Boote, stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch einfach den Briefträger. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei habe ich doch hier einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief lesen willst, öffne mit Hilfe von runter den Ausrüstungsbildschirmen und wähle Briefe. So kannst du die Briefe, die du erhalten hast, jederzeit lesen. Also, dat wäre erledigt. Und ab die Post. Und er rennt natürlich wieder genau in die Richtung der schwarzen Wand. Was voll logisch ist. Ich dachte, da kommt er nicht weiter. Das Viech hat uns schon auf eine ziemliche Distanz entdeckt. Muss ich jetzt wirklich mal zugeben. Die sind jetzt übrigens auch relativ einfacher zu erledigen. Davor mussten wir ja zwei bis drei Hiebe drauf machen. Aber jetzt geht's irgendwie schneller. Frag mich nicht, wieso. Also, wir mussten es ein paar Mal mehr zu Boden schmeißen. Aber jetzt nicht. Das ist wirklich Atombombe-Explosion. So hell ist das. Aber ich kann nichts daran ändern. Ich habe vorhin schon das Rollo runter gemacht. Und das ist sehr merkwürdig. Naja. Was denn? Das war ja ganz nah. Was? Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt wieder eine lange, lange Reise in Wolfsgestalt. Zum Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte? Ja, natürlich. Was anderes bleibt uns ja nicht über. Zumindest nicht, um das Spiel durchzuspielen. Ist so. Also, was ist? Soll ich dich jetzt in den Schatten mitnehmen? Jo, in die Schatten. Entschuldigung. Oh nein! Also, da wird man sich wahrscheinlich nie dran gewöhnen. Oh. Sehr schön, sehr schön. Brav, von hier an wirst du mir fein gehorchen, ja? Und sieh du nur diese Pracht an. Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Und dein Pelz steht dir viel besser als der altmodische Plunder, den du sonst so trägst. Hä? Genug geplaudert. Sollen wir gehen? Äh, ja. Okay. Auf geht's nach Eldin. Ach ja. Moment. Das kommt aber wirklich irgendwie sehr zeitverzögert, also sehr merkwürdig. Na, egal. Werden wir uns schon dran gewöhnen. Vielleicht. Wird die Kamera wieder unscharf? Nee. Was ist das denn? Hm. Geruch der Kinder gewittert. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein Gespür. Als Tier entdeckst du deine wahren Fähigkeiten. Höh. Ja, ja. Äh, Gespür, so. Also können wir hier die Spur verfolgen, aber ich weiß ja ganz genau, wo es hingeht. Dementsprechend brauchen wir das eigentlich nicht. Gehen wir diese Blumen. Ähm. Ich bin gerade überlegen, ob wir hier irgendwas machen können. Ich meine nämlich noch nicht. Als Wolfsgestalt funktioniert das so nicht. Da oben ist ein Herzteil, da kommen wir aber noch nicht ran. Das wird auch noch sehr lange dauern, bis wir da rankommen. Ähm. Oder? Eigentlich wird es gar nicht so lange dauern. Na gut. Da haben wir wieder. Wesen der Finsternis. Ich liebe sie. Nicht. So. Eins ist Matsch. Und die anderen zwei folgen. Oh. Oh. Tot. Ha. Too easy. Ist jetzt schon wieder leicht, schräg im Bild. Egal. Egal. Hm. Das ist ja seltsam. Hier ist gar keine Brücke. Da ist, ist, ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwa das Werk dieser Typen von vorhin verflixt? Wir haben dir das nur angestellt. Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir uns eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Und blablabla. Siehst du auch? Das sind die Tore, die du geöffnet... Die sich geöffnet haben, als du die Wesen der Finsternis getötet hast. Bei uns nennt man sie Portale. Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von Eben ist hier. Siehst du? Also, wohin mit meiner Kraft... Also, wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich zu jedem Portal deiner Wahl. Hm, da. Da ist nämlich auch die Brücke. Woher das war ich? Keine Ahnung. Ich glaube, das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Äh, ich stelle mal ganz kurz die Kamera wieder schärfer. Ich glaube, das hat wirklich irgendwie was damit zu tun, wenn ich aufnehme, dass das... Ich glaube, ich habe es unschärfer gestellt. So, jetzt muss das... Theoretisch... Ja, besser. Und unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus dem Schatten... Aus den Schatten nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe besteht darin, die Brücke zu schützen. Sieh dich also gründlich um. Wie auffällig und unauffällig. Das Schlimme ist, beim ersten Mal habe ich das tatsächlich nicht gefunden. Ich stand davor und dachte so, hä? Oh, passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Wow, mit mit einer Reden. Genau, wenn du immer so brav wärst. Da. Ins Kakariko-Tal. Kakariko auch irgendwie so eine Stadt, die immer in jedem Spiel da... Boah, Atomexplosion, ey. Boah. Ist jetzt wirklich ein bisschen zu... Wow, jetzt scheint es aber richtig. Ich bin nur noch ein weißer Fleck. Moment. Nein, nicht zu tief. Rollo. Noch, äh, nicht elektrisch. Äh. Was heißt noch? Wird auch nie elektrisch werden, weil braucht man eigentlich nicht. Wäre zwar hier jetzt ganz praktisch so mit einer Fernbedienung, aber... Ist halt nicht. Na gut. Auf jeden Fall sieht das jetzt schon besser. Und jetzt wird es natürlich wieder dunkler draußen, sodass hier einfach extrem düster wird. Äh. Moment. Siehst du, wusste ich es doch. Ja. Und die Macht der Schatten ist schon beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder dieser Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilft bestimmt auch dir bei der Suche nach den Schattenkristallen. Also los, vorwärts. Nee. Noch nicht. So, besser. Besser. Ja. Oh. Wollen wir umsetzen. Alles gemütlich. Ja. Check. Sehr schön. Ich gucke zwischendurch übrigens immer mal wieder da drauf. Dann sehe ich auch, ob unscharf oder scharf oder... Ihr wisst schon, was ich meine. So. Da sind Vieh. Ja. Was hat er jetzt gedauert? Tot. Und du auch? Tot. Sehr schön. Nee, hier können wir wirklich noch nichts machen als Wolf. Das ist ja die jahrliche Sache. Was können wir denn hier machen? Oh nein, ein Tor. Es ist versperrt. Hey. Was machen die denn da? Es ist da so ein riesiges Tor in die Landschaft stellen. Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Wie kommst du denn da drauf? Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? Hast du gefurzt oder was? Mein Gott. Äh. Wühlen. Wee. Und wieder hoch. Yeah. So. Enemies. Are you ready for me? Okay. Zu einfach. Zu einfach. Aber es wird bald schwerer. Ja. Wird es definitiv. Und wir spielen im Heldenmodus. Nicht gesund. Glaube ich. Aber natürlich. Wir sind auf jeden Fall. Es ist mal wieder. Kakariko. Es ist so schön. Huch. Falsche Richtung. Und. Bom Bom. Tüm tüm tüm. Erst den. Tod. Und jetzt die zwei. Kommt den anderen auch noch. Jawoll. Oh. Im letzten Moment. Atombomber. Es ist scheiße. Optional könnte ich natürlich auch im Hintergrund einfach die Lampe wieder anmachen. Hunde. Muss ich jetzt die Rolle aber wieder komplett runter machen. Das ist auch doof. Hält der du in den Schatten als Tier mit klarem Blick die Finsternis durchstreifst. Komm. Komm hierher. Nö. Kleinen Moment. Natürlich außenrum. Weil das Mikrofon schmaß ich sonst um. Das wäre doof. So. Weg von der Atomexplosion. Immer wieder verstrahlt hier. So. Jetzt haben wir noch ein kleines bisschen Licht von da unten. Das dürfte so mit der Helligkeit eigentlich gehen. Wenn da draußen jetzt irgendwas noch passiert hat. Muss hier immer rum wegen dem Stativ. Ich hoffe, man wird das auch alles auf der Aufnahme. Lüsterwein. So. Und wieder ab. Hallo. Habt ihr mich vermisst? So. Ja. Setz dich erstmal hinlegen. Alles gut. Alles gut. So. Erstmal ganz kurz. Ne. Wühlen wollte ich nicht gespürt. So ein Mist. Glaubst du, ich kann mich noch um andere Leute belga kümmern, wenn ich meine eigene Haut retten muss? Ja, klar. Alles gut. Gehen wir erstmal zum Lichtgeist. Das wird schon funktionieren. Reden. Ich bin ein Lichtgeist. Nein. Von den Göttinnen aus erwählter Held. Suche mein Licht. Das Licht, das die Wesen der Finsternis mir raubten. Fülle es hier hinein. Du erhältst den Tiegel des Lichts. Sammel in ihm den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Yay. Verwende dein Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. Mhm. Achte auf Schattenkäfer. Sie sind eine Form des Bösen. Und hängen an den zerstreuten Tropfen meines Lichtes. In den Schatten ist die Gestalt der Schattenkäfer ebenso wie die der Menschen unsichtbar. Diese Punkt, Punkt, Punkt muss man ja auch irgendwie betonen. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo die Schattenkäfer mit meinem Licht sich aufhalten. Jetzt habe ich da aus Versehen, war egal. Sei auf der Hut. Die Wesen der Finsternis sind hinter dir her. Ach, wirklich. Wie kommt er nun darauf? So, jetzt ist die Frage. Einer ist hier drinnen. Wie kommen wir da... Achso, ja, natürlich. Natürlich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Sieh mal an. Ich glaube, hier kann man hochklettern. Na dann. Hopp, hopp. Hui. Hallo. Oh nein. Scheiße, ich habe das Dach kaputt gemacht. Das war so ungeplant. Ah, hallo. Verdammt, wo verstecken sich diese Biester nur? Ich wette, die sitzen da draußen und warten nur auf ihre Beute. Sei ganz ruhig. Solange wir hier sind, wird uns nichts geschehen. Habt ihr da draußen... Ob die das da draußen auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten den Biestern was da draußen anhaben. Wie lange werden uns da wohl diese Mauern beschützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Die Alte aus dem Kämerladen. Eins von diesen Dingern hat sie angegriffen, als die Leute kamen, um ihr zu helfen. War die Alte nicht mehr da. Stattdessen war da plötzlich zwei von diesen Monstern. Das heißt, wenn die uns angreifen, werden auch wir... Burns! Jedenfalls sind wir hier auch nicht sicher. Gibt es nicht irgendwo ein besseres Versteck? Unter dem Heiligtum befinden sich die Katakomben. Was? Das sagst du erst jetzt? Dass es hier Katakomben gibt? Und wie kommt man da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Kandelaber in diesem Raum entzündet werden. Nein, tu es nicht! Als ich in den Katakomben nachgesehen habe, waren dort die gleichen Insekten wie draußen. Weinen doch nicht, alles wird gut. Huh, Colin. Lukas wird ganz sicher kommen und uns retten. Dass sie alle ihre Hoffnungen so auf uns setzen, ist gar nicht gut. Das spüre ich irgendwie. Bin auch schon da. Die glauben daran, dass du kommen und ihnen helfen wirst. Was für brave Kinder. Du armer, stehst direkt vor ihnen und die merken es nicht mal. Nur durch die Kraft des Auserwählten kannst du in diesen Schatten sein, ohne ein Geist oder gar ein Wesen der Finsternis zu werden. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als einsam weiterzukämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann aber bitte nur auf die Prinzessin Zelda. Sie hat dir schließlich diese Sache eingebrockt. Übrigens, wenn du die Kandelaber anzündest, kommst du in die Katakomben. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Also, wie soll es nun weitergehen? Einsamer Held. Das ist echt übel sadistisch. Ähm, so. Da. T-t-t-t-t-t. Falsch. So. Jetzt pass mal auf. Jetzt springen wir hier nämlich. Hopp. Und nochmal. Jawohl. Und der Letzte. Nein, das war ja gar nicht der Letzte. Was zur Hölle mach ich denn? Scheiße. Jetzt ist auch noch ausgegangen. Hauptsache, die Kandelaber geht nicht wieder aus. Das wäre sehr ärgerlich. So. Das soll eine Eule darstellen. Das habe ich vorher nie gesehen. Ach, das... Ja. Wir werden noch sehen, was das Fest... Äh... Was das sein soll. So, mal ganz kurz. Du kannst fragen, wen du willst. Die verschließen alle ihre Augen vor der Wahrheit. Und wer soll dieser Lukas sein? Und wieso sollte der ausgerechnet unser Derauf retten wollen? Weil ich die ganze Welt rette, eventuell. Ähm... Was ist das? Die Tür zu den Katakomben ist von allein... Ist das etwa auch das Werk dieser Ungeheuer? Jo, steh direkt vor dir. Gern geschehen. Okay. Armer. Loslassen. Hui. Natürlich ist da immer noch diese Ladesequenz. Na gut. Mit Hilfe unseres Gespürs sehen wir die... ...Viecher des Todes. Die... Die... Wie heißen die? Schatteninsekten? Ne. Äh... Äh... Schatten... Schattenkäfer. Schattenkäfer waren es. Genau so. Guck mal, da kann man graben. Und dann? Kommt ein grüner Rubin raus. Ja, weil wir auch so wenig haben. 170. Junge, Junge, Junge. 500 können wir Maxi auch aufnehmen. Okay. Hier müssen wir wieder hoch, wie es aussieht. Na nun? Hm. Über das Holzgerüst können wir sicher bis nach oben klettern. Meinst du? Hopp, hopp. Wai. Ja.